Zack, 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 zördack Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Heroes & Generals Und heute spielen wir mal nur mit dem Guts Also wir versuchen echt nur Roadkills zu machen Und ja, das ist auch schon unser erstes Ziel Komm schon, komm schon, komm schon Bäm, das ist so nice einfach nur Oh nein, 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 das ist jetzt gar nicht gut Oh, jetzt ist ja richtig verkehr So, ich habe das eine Zeit beim Russen auch mal gemacht Das ist halt nur mit dem Teeb und Boosters Und Boostern halt, um den Infall Before Orden zu leveln Das hat auch mega fetzt gemacht Das ging aber auch relativ schnell Also wenn ihr PTRD habt und habt den Ort noch nicht Holt euch Boost, fahrt nur mit dem Teil da rum Bin seitdem echt wesentlich besser damit geworden Ähm, und das ist schon hilfreich Wenn, da kann man schon ordentlich immer was mitreißen Das sind immer alles Panzer, deswegen ist das ein bisschen gefährlich Herrlich Naja, wir können ja mal die Line wechseln Ah, schade, ey, schade, schade, schade Wir müssen das Auto zerstören Das ist unser Feind Oh, oh Merk hier, wir hätten noch Ah, da liegt hier einer Bams Wir hätten noch Nein Wir hätten noch einen Schraubenschlüssel mitnehmen sollen Schade, äh, ich Ah, alles klar Ja, okay Wir hätten echt einen Schraubenschlüssel, daran habe ich nicht gedacht Schade Dann wäre das zum Beispiel nicht passiert Dann hätten wir einen Rückwärtsgang eingelegt und hätten hier wieder irgendwie Fordi umgefahren Jetzt bitte nicht ewig lang warten Danke E3 Ich glaube, wir gehen mal auf die E-Line Das ist auch ziemlich viel Gerade Fläche, wo wir eigentlich ordentlich was mit dem Teil umfahren können Ich gucke nochmal kurz, ob auf der Wiese was läuft Ich bin natürlich echt schön, ob das gehört So, der soll glauben, ich bin weg Dann steigt er ab und ich überfahre ihn Was hat er vor, wir kriegen ihn Schade, er rennt da rein Komm, 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 komm Nein So, nun Renn, 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 renn Alles klar, nice Sorry, dass ich so ausraste, aber das war jetzt Alles klar, was hatte der denn vor Oh, man, 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 man Diese Minen, ey Das ist immer so richtig ätzend manchmal Unser Auto ist wieder Schrott Wir brauchen ein neues Eindeutig Ja, das ist Jipp An Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt mal auf die A-Line gehen Äh, auf die E-Line Wir versuchen es einfach mal auf der E-Line Mal kurz die Lage checken So ein Busch könnten, schauen wir mal ein paar rumlatschen Die ganzen Panzer immer, ey Alles klar, ey, das ist ja Einiges los Zack Weg, 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 weg Krass, Mann Wo ist der andere Nein, ich hasse den Luchs Also ich liebe ihn, wenn ich ihn selbst spiele Aber Das ist zwar nicht so schlimm wie der Jaffi Weil der halt One-Shot macht Aber das ist trotzdem Erzähl Warum haben wir nur keinen Schraubenschluss? Ich glaube, er trägt mich jetzt so richtig auf Was? Wir haben nicht mal überfahren, ey Ich war 100% sicher, dass ich den überfahren habe Die Wartezeiten sind ja wieder mega behindert So, jetzt gehen wir aber auf die E-Line Und dann gehen wir jetzt Daher schauen wir uns So... Wir sind hier schon mal im Spawn-Gebiet. Ah, da ist jemand auf der Wiese. Den holen wir uns. Klar war das. Willkommen, Freund. Oh nein, er packt es vorher in den Punkt. Und er springt natürlich darüber, ey. Genial wäre es, wenn wir es hinkriegen. Yes! Den kriegen wir leider nicht. What the fuck? Als ob, ey. Das ist die HG-Logik, ey. Alles klar, ey. Und jetzt auf vier Teammitglieder warten. Das ist ja wohl nicht den ihr Ernst. Läuft leider nicht so exzellent. Und jetzt gehen wir nochmal auf die A-Line, denke ich. Ich glaube, da kommen jetzt einige aus dem Spawn, ne. Ja, Verzögerungsstraf, alles klar. Das ist sowas von lächerlich mit dem... Das sie das noch nicht bearbeitet haben, verstehe ich immer noch nicht. Weil ich mich da schon Ewigkeit drüber aufregen muss. Also einmal ist es so, man fährt mit 200 kmh vor einen Baum, nichts passiert. Dann rollt man mit 20 kmh oder 10 kmh vor einen Baum und explodiert. Das war jetzt knapp. Das war jetzt richtig knapp. Ich bin nicht sicher, ob wir es rechtzeitig rüberpacken. Ja, na klar. So ein dummes Game, ey. Das wäre... Diese Wartezeit, das ist ja wohl das Schlimmste. Ich finde, sowas sollten wir abschaffen. Drei Teammitglieder hin oder her. Das macht keinen Unterschied. Das sollte man irgendwie anders regeln. Dass die dann zum Beispiel... Okay, das bringt auch nix, dass sie mehr Spawns haben. Also wir weniger Spawns haben, aber das bringt auch nix, denke ich. Diese Wartenzeiten sind einfach nur so ätzend. Das Gats lässt sich übrigens am besten fahren, von allen finde ich. Ähm, der Kübelwagen mit Abstand am schlechtesten, das ist der Army noch besser, der Jeep. Aber Gats gefällt mir vom besten eigentlich. Wir können sogar cappen mit unserer Waffe, unserem schwer gepanzerten Fahrzeug hier. Wir sind bereit. Oh, wir müssen kurz einen Absteiger machen. Zack. Zack. Nein. Ja, steig ab, steig ab, steig ab. Das ist dein Tod. Das gibt's jetzt nicht. Wie oft soll ich noch über den Kack fahren, also daneben fahren. Nee, das ist jetzt nicht fair. Das ist jetzt nicht fair. Oh, kacke. Ja, steig ab, das ist dein Tod. Nein. Nein. Ja, also ich weiß nicht, was jetzt los war. Aber ich bin dreimal Zentimeter haarscharf an dem vorbeigerast. So viel Glück muss man erst mal haben. Oh, das war keine gute Idee bei mir zu spawnen. So. So. den Punkt einnehmen. Komm schon, gib ihm noch eine Schäle, dann steigt er vielleicht aus. Oh, er ist gar nicht mehr drin. Stimmt, das ist ja dieser komische Panzerfahrer, der als aussteigt. Ach komm, dann machen wir uns auch noch ein paar Cap-Points. Vielleicht kommen ja welche aus dem Alternativ-Spawn. Da müssten eigentlich welche kommen. Aber scheinbar haben die alle kein Interesse an ihrer Line. Ja, ein Panzer natürlich. Ja, nice. Gib ihm erstmal den Headshot. Ups. Kann mal passieren. Ja, da führt's nicht mehr zu... nein, nicht mehr nicht. Da ist ein Deutscher. Wer folgt ihn? Komm schon, wir machen das Rennen. Ich wusste es, ich wusste es einfach. Zack. So. Dich mach mir platt. Wenn du jetzt aussteigst, dann ist das nicht fair. Nein, das ist jetzt absolut gar nicht fair. Er hat sich gelegt. Nice. Er hat sich gelegt. Das heißt, er kommt gleich. Und dann hauen wir ihn um. Er hat sich selbst getötet. Was für ein Depp, ey. Er ist einfach nicht ausgestiegen, weil er genau wusste, dass ich ihn umfahre. Und zwar... Ja, ich konnte aber auch nicht. Das ist manchmal so ein Park. Ist hier etwa ein Deutscher? Ja. Da unten. Wir müssen uns ne Panzer retten. Wir müssen uns ne Panzer retten. Bäm. Was fasst du da vorne? Das ist so ein Panzer-Fahrrad drinne. Komm mit da rein. Nein! Immer bekomme ich die Headshots. Immer. Immer, immer, immer. Scheiße, MP. 34 war klar, dass sie nicht geladen ist. Also mit dem Gats läuft das Zeug leider nicht so gut. Ja. Wir sind wieder an allen hundert... knapp 2 gefahren. Nein! Alles klar, ey. Was für ein Pech kann man haben. Wir drehen uns. Sorry, Leute. Es funktioniert grad mir überhaupt nichts. Mal sehen. Mal sehen, ob wir jetzt ein bisschen mehr Erfolg haben. Andere. Das ist ein bisschen mehr. Und wir müssen woher kommen. kacke jetzt muss ich aber weg ja kacke 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 zu behinderten panzer warum haben wir eigentlich immer nur 100.000 panzer als gegner verpiss dich nice da sind wieder ein paar bäms gleich die nächsten nein der panzerwurm ihn ist nicht sehr wir warten bis er weg bis er nicht auf uns achtet zack 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 das geht jetzt gerade mal richtig naja ich glaube jetzt war es das mit uns einfach zu viele panzer das kriegen wir nicht hin ja aber er ist auch noch drauf gegangen den checken wir jetzt mal oben bäms jetzt irgendwie mal bock mit dem stress zu machen nein bitte nicht nice da ist ein zartzeug was wir jetzt schrotten nein ach man leute ja alles klar nice ja das geil sind einfach zu viele panzer jetzt gehen wir einfach mal drauf ja ja wir haben unsere kd ja noch halbwegs gerettet 16 zu 11 mit dem fahrzeug ist akzeptabel ja es sind halt ziemlich viele panzer das ist ein bisschen dumm wir haben auch keinen schraubenschlüssel vielleicht kriegen wir jetzt nochmal welche uns beeilen ne scheinbar nicht ok dann war es das auch schon ich hoffe es hat euch gefallen ja ansonsten vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten video bis zum nächsten video bis zum nächsten году bis zum nächsten video dann bis zum nächsten bis zum nächsten beiden bis zum nächsten Vielen Dank.